dann gab stimmung vor der bayernbank grundverletzter rizzi telly hauptdarsteller trapatone er will das video check sich fertig macht marcelo marcel avanti avanti da legt auch noch hand an sehr zum amüsement der beobachter auf der bank also rizzi telly musste verletzt raus war vorher überhaupt nicht aufgefallen wenigstens jetzt letzte szene